Der Ort, den ich meine, ist irgendwie merkwürdig. Er ist eine Art Zufluchtsstätte und er beherbert die ungewöhnlichsten Gäste. Wir beschützen die zwei dominanten Spezies, die leben voreinander. Normale und Anomale. Was man in den Genen hat, lässt sich nicht verändern. Was jetzt? Jetzt starten wir durch mit Staffel 1 und 2. Okay, ich bin beeinträchtigt. Du, was du tun musst. Wir sind für dich da. Sanctuary. Wächter der Kreaturen. Staffel 1 und 2. Immer Montag bis Donnerstag ab 21.50 Uhr. Zwei Folgen am Stück. Auf Sci-Fi. Imagine Greater.